Dann starte ich mit der Präsentation, die Sie auf Ihrem Bildschirm sehen. Oder vielleicht kurzer Test. Sehen Sie die Folie, die ich gerade zeige? Die startet links oben mit wichtiger Hinweis. Super. Ja, kurz vorab zur Präsentation. Also alle Informationen, die Sie erhalten, sind rechtsunverbindlich. Ich darf leider keine rechtsverbindlichen Auskünfte geben. Wir informieren Sie natürlich gerne, aber immer bei steuerrechtlichen Fragen im Zweifelsfall bitte immer an den eigenen Steuerberater wenden. Worum geht es heute? Es geht um das Thema des FinVK. Sie werden das vermutlich schon von Ihren Steuerberatern oder auch von uns in unseren Dutzenden E-Mails gelesen haben. Und zwar im Zuge der Kassensicherungsverordnung, die in Kraft getreten ist bereits vor einigen Monaten. Ist es jetzt notwendig, seit dem 1.10., dass es einen standardisierten Export aus dem Kassensystem gibt? Das finden Sie im Menüpunkt, also Sie haben seit kurzem am Dashboard einen Button dazu. Sie haben am Dashboard einen Button dazu, wo Sie auf DS-FinVK klicken können oder Sie erreichen das über den Punkt Einstellungen DS-FinVK. Und dort sehen Sie bereits, ich will etwas reinsummen jetzt, dass es da seit dem 30.09. bereits eine Downloadmöglichkeit gibt. Und das ist der erste entscheidende, wichtige Punkt für die deutschen Finanzämter. Also im Rahmen, wir speichern alles so, wie es das Finanzamt oder der deutsche Gesetzgeber verlangt von uns. Und wenn jetzt ein Prüfer bei Ihnen zur Kassennachschau kommt, dann haben Sie die Möglichkeit, diese Exporte zu tätigen. Grundsätzlich ist es so, es gibt dort drei Exporte. Da sind unterschiedliche Daten gespeichert und das verlangt eben die Kassensicherungsverordnung. Das heißt, DS-FinVK, falls Sie jemand danach fragt, es werden alle Vorgänge in HelloCash, die definiert sind, standardisiert gespeichert. Und Sie können dann diese Exporte durchführen direkt in Ihrem HelloCash-Account. Sie hören mich noch. Ja, falls mir jemand nicht hört, bitte nur mit der Lautstärke probieren. Also es gibt, glaube ich, einen Kollegen, der mich nicht hört oder eine Kollegin. Alle anderen hören mich offensichtlich. Ja, wie gesagt, wir werden die Fragen, Sie können trotzdem Fragen schreiben, basierend auf den Folien. Kommen wir mal zurück. Also DS-FinVK, das ist der erste wichtige Part der Kassensicherungsverordnung. Das haben wir natürlich zeitgemäß umgesetzt. Sie können dort Daten exportieren, so wie es der Gesetzgeber verlangt. Jetzt ist der zweite Punkt, der auch in den Medien geistert. Es gibt die TSE, die Technische Sicherheitseinrichtung. Also der Plan ist, dass alles, was Sie in der Kassa machen und dann exportiert werden kann, über eine digitale Technische Sicherheitseinrichtung läuft. Somit ist es nicht möglich, dass in der Kassa oder im Kassensystem, in Ihrem Account, Dinge oder Vorgänge manipuliert werden. Das heißt, jeder Vorgang, der protokolliert wird, wird somit in der Kassa unveränderlich gespeichert. Und Sie haben jetzt eh mitbekommen durch unsere E-Mails und durch viele mediale Einschaltungen in Deutschland, dass es wieder de facto eine Schonfrist gibt unter gewissen Umständen in Deutschland. Warum? Einer der Hauptgründe ist, es gibt noch keine zertifizierte Technische Sicherheitseinrichtungen für Cloud-Kassen, so wie es HelloCash ist. Was bedeutet das? Also diese Technische Sicherheitseinrichtungen, das müssen auch wir wo zukaufen von zertifizierten Anbietern. Die Zertifizierung, das liegt nicht in unseren Händen, noch in den Händen der Anbieter. Das passiert durch das BSI in Deutschland. Und bis dato, also bis heute, gibt es noch keinen geeigneten Anbieter, der sich für Cloud-Tese eignet. Und der gleichzeitig uneingeschränkt zertifiziert ist. Es gibt Zwischenlösungen, wenn wir die aber machen, dann muss man de facto aus unserer Sicht, ja, das ist jetzt unsere persönliche Meinung von HelloCash, dann gibt es keine Cloud-Lösung mehr, und man bräuchte ja eine physische Kasse oder eine Software, die für ein Laptop läuft. Das heißt, der aktuelle Status ist der, wir arbeiten intensiv daran, alles vorzubereiten für zertifizierte Cloud-Teses, aber dass wir Ihnen eine Cloud-Tese zur Verfügung stellen können, wo Sie de facto im täglichen Tun wenig mitbekommen, das wird noch dauernd, weil es diesbezüglich noch keinen zertifizierten Anbieter gibt, der diese Cloud-Lösungen wie HelloCash ist unterstützt. Wie bereits erwähnt, auch aus diesem Grund gibt es die neuen schon frühesten, unter Anführungszeichen, der deutschen Bundesländer bis zum 31.03.2021. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie verbindlich vorbestellen. Ich habe Ihnen den Link hier einkopiert, ich kopiere den Link jetzt auch noch einmal zur Sicherheit. In unserem Chat, da haben Sie die Möglichkeit, vorzubestellen. Ich kopiere den Link direkt noch einmal in den Chat. Da haben Sie die Möglichkeit, diese Cloud-Tese vorzubestellen. Wenn Sie das machen, bekommen Sie von uns eine Bestätigung, dass Sie vorbestellt haben. Und das ist eben eine Voraussetzung, dass auch die Schonfrist auch für Sie gilt. Ich weise Sie aber noch einmal darauf hin, bitte prüfen Sie im Zweifelsfall nur mal mit Ihrem Steuerberater, ob diese Schonfrist auch für Sie gilt. Das heißt, wir, ich fasse das kurz noch einmal zusammen, die TSE-Integration, wir haben da bereits alles, was uns möglich ist, bei uns lokal vorbereitet, aber deswegen noch nicht live geschaltet, weil die Zertifizierung für eine ideale Lösung noch ausständig ist. So geht es aber in Wahrheit allen Cloud-Anbietern. Ja, wir gehen aus, dass wir in den nächsten Wochen diese TSE-Integration veröffentlichen können. Dann können Sie direkt in HelloCash die TSE kaufen. Wie gesagt, Voraussetzung ist aber noch die Zertifizierung. Und sobald Sie diese TSE in HelloCash bezogen haben, ist dieses Projekt oder diese Maßnahmen, die erforderlich sind, vollständig umgesetzt. Der Preis dieser TSE wird betragen 99 Euro netto pro Jahr. Sie finden den Preis seit einigen Wochen auf unserer Preisseite. Falls es noch zu Änderungen kommt, das kann sein, weil wir gesagt haben, auch wir müssen das zukaufen von zertifizierten Anbietern. Jetzt ist noch die Frage, welcher Anbieter zertifiziert wird. Darum ist es ein Richtpreis aktuell. Wir werden das aber, falls sich etwas ändert, natürlich vorab an Sie kommunizieren. Dann bin ich bereits, bevor ich jetzt zu Ihren Fragen komme, bei der letzten Folie, was können Sie aktuell tun als Zusammenfassung? Bitte machen Sie sich vertraut mit dem Datenexport in HelloCash. Wie gesagt, Sie finden auf Ihrem Dashboard einen Button DS-Fin-VK und TSE. Sprich, sollten Finanzprüfer oder Steuerberater fragen, ob es das bereits gibt. Ja, das gibt es natürlich bereits seit dem 30.09., damit alles gesetzes- und fristkonform ist. Der zweite Punkt ist, bitte bestellen Sie die TSE vor, weil das ist eine der Voraussetzungen, die Sie benötigen, wenn nötigen, damit die Schonfrist auch für Sie gilt. Und bitte immer regelmäßig mit dem Steuerberater sprechen, um sicherzugehen, dass Gott diese Schonfrist auch für Sie passt, beziehungsweise Sie in diese Schonfrist fallen. Dann sage ich bereits herzlichen Dank. Das waren jetzt die ersten zehn Minuten. Üblicherweise dauern die Fragen länger. Ich bitte Sie gleich, schreiben Sie einfach los im Chat und ich werde versuchen, alles zu beantworten. Falls ich was nicht gleich beantworten kann, entschuldige ich mich dafür. Wir werden aber dieses Video zur Verfügung stellen und dann in einem FAQ-Beitrag alles, was nicht beantwortet wird, heute nachträglich an Sie kommunizieren. Bitte. Ich warte jetzt da ein paar Sekunden und dann werde ich auf die Fragen wiederholen und dann darauf eingehen. Eine Frage ist, wie viele Transaktionen oder Vorgänge in dem Preis von 99 Euro enthalten sind. Unendlich viele. Das ist unlimitiert. Also es kommen da keine Zusatzkosten auf Sie zu. Das heißt, egal wie viele Rechnungen Sie machen, egal wie viele Artikel Sie anlegen, das ist alles im Preis von 99 Euro enthalten. Also das Ziel ist auch, dass wir Ihnen da eine Lösung bieten. Wir wissen jetzt auch, das ist sehr kompliziert. Also wir wollen Ihnen eine Lösung bieten, wo Sie wenig Kopfzerbrechen haben dann damit. Eine Frage ist, wird die Hardware des TSE vor Ort benötigt? Ein kurzer Moment, jetzt kommen wir noch ein paar Fragen. Wird die Hardware des TSE vor Ort benötigt? Nein, das ist der Vorteil unserer TSE. Also das ist eine Cloud-TSE. Sie brauchen vor Ort gar keine Zusatzhardware. Das läuft alles auf Servern zentral. Eine Frage ist, die Kassen müssen beim Finanzamt angemeldet werden. Welche Nummern und Daten sind notwendig? Aktuell ist es ausgesetzt, weil es bis dato noch keine Online-Registrierung möglich ist. Sobald das technisch möglich ist, seitens des Bundesfinanzministeriums, werden wir Sie darüber informieren. Aber aktuell ist das ausgesetzt. Sie können sich so vorstellen, wir sind in einigen Ländern tätig, in Europa, also konkret in sieben Ländern. Und üblicherweise funktioniert einfach die Online-Anmeldung über eine Schnittstelle. Aus dem Grund, weil sonst ja der Aufwand für das jeweilige Finanzamt wäre enorm. Und auf diese Schnittstelle wird jetzt noch gewartet in Deutschland. Also die wird noch entwickelt. Eine Frage ist, SumUp, das ist ja unter einem Karten-Terminal-Anbieter. Da gibt es, das haben auch wir gelesen, eine Bieter angeblich eine Cloud-TSE für 5,99 Euro pro Monat an. Wir haben das geprüft, also SumUp, ich kann Ihnen das auch schicken. Es gibt am BSI, gibt es eine Übersicht über jene Anbieter, die in Zertifizierung sind. Das sind drei. SumUp gehört da nicht dazu. Also auch wir waren überrascht, dass das SumUp anbietet. Aber SumUp gehört da aktuell, wird es nicht kommuniziert vom BSI dazu. Eine Frage ist, muss ich den Datenexport an das Finanzamt initiieren oder wendet sich das Finanzamt an mich? Also üblicherweise wird es der Betriebsprüfer zu Ihnen kommen und noch den Datenexport verlangen. Eine Frage ist, werden die Daten jetzt schon so gespeichert beziehungsweise auch Eingaben, die nicht als Bohn abgeschlossen werden, gespeichert? Ja, Daten werden jetzt schon so gespeichert, damit Sie sie exportieren können. Eingaben, die nicht als Bohn abgeschlossen werden, das muss ich mal aufschreiben, dann muss ich die Technik fragen, wie das aktuell ist, kommt dann in den FAQ-Bereich. Aber ja, Daten, alle Daten, die erforderlich sind, beziehungsweise die in HelloCash passieren, werden gespeichert. Laut des FinVK, eine Frage muss ich nachträglich beantworten. Eine Frage ist, im Bestellformular bis heute war die Bestellung unverbindlich. Ja, eine Frage ist, es geht um dieses Bestellformular, das ich vorher kurz gezeigt habe. Da war die Vorbestellung bis dato unverbindlich. Wir haben das jetzt geändert, aber mittlerweile lautet es so, man muss verbindlich bestellen, muss jeder Kunde, die unverbindliche Vorbestellung gemacht haben, neu die Vorbestellung machen. Ja, wir empfehlen es und schicken an jene noch eine E-Mail aus, die bereits vorbestellt haben. Eine Frage ist, muss ich die Daten monatlich selber regelmäßig downloaden? Wie lange werden die Daten gespeichert? Also es ist immer sinnvoll, die Daten, dass Sie sie selbst downloaden, weil Sie müssen ja wie Ihre Buchhaltungsunterlagen mindestens zehn Jahre speichern. Wie lange werden die Daten gespeichert? Also in Wahrheit unendlich lange, beziehungsweise solange eben Sie HelloCache verwenden, werden Sie gespeichert. Also wir, Sie können in der Kasse nichts löschen und wir können natürlich in der Kasse nichts für Sie löschen und dürften wir gar nicht. Eine Frage ist, wird auch das Öffnen von SAMAP dokumentiert? Das muss ich prüfen lassen? Diese Frage kann ich aktuell nicht beantworten. Vielen Dank. Eine Frage ist, ich benutze die Kassensofte ausschließlich für die Registrierung der Verkäufe. Paracel dazu nutze ich ein Kassenbuch. Muss die Kasse zukünftig komplett über die Kassensofte laufen? Was ist Ihnen dazu bekannt? Auch das werde ich prüfen und beantworten. Aus meiner Sicht müssen Sie dann alles über Ihren HelloCache-Account machen, weil es ist auch so angenommen, Sie hätten, ich habe es vor ein paar Minuten gelesen, angenommen, Sie hätten eine offene Ladenkasse in Verwendung und parallel auch ein elektronisches Kassensystem, dann müssen Sie alles über das elektronische Kassensystem erfassen. Also hier ist meine Empfehlung, dass Sie alles über die Kasse machen, alle Vorgänge bitte meine BI-Werts prüfen, aber bitte prüfen Sie es auch mit Ihrem Steuerberater. Dann ist eine Frage, okay, ich kann im Kassensystem die falschen Steuersätze nicht ändern. Also bei technischen Fragen zur Verwendung von HelloCache bitte ich Sie einfach eine E-Mail an unseren Support zu schreiben. Das ist info.hellocache.de, da sitzen Kollegen und warten und freuen sich auf Ihre Antworten. Kann ich Beträge korrigieren? Ja, also Beträge korrigieren, Sie können Beträge stornieren, also man kann natürlich nichts löschen, aber Sie können alles so vornehmen, dass man Beträge korrigieren kann. Eine Teilnehmerin schreibt Kassenbuch in Deutschland nicht mehr erlaubt seit diesem Jahr. Ja, da würde ich Sie prüfen, das bitte direkt mit Ihrem Steuerberater zu klären. Gibt es sonst noch Fragen? Okay, dann warte noch zwei Minuten. Es tippt noch jemand. Ja, wie gesagt, wenn es sonst aktuell keine Fragen mehr gibt, unser Support ist immer für Sie erreichbar. Einfach unter info.hellocache.de oder wochentags auch telefonisch. Wenn Sie Feedback an uns haben oder Fragen, bitte einfach durchsenden. Wir bemühen uns, dass wir da volle Transparenz diesbezüglich schaffen, hinsichtlich der Kassensicherungsverordnungsumsetzung. Ja, meine Bitte ist immer, machen Sie sich auch selbst schlau. Ja, vor allem bei einem Steuerberater, was Sie tun müssen. Das ist immer eine sinnvolle Empfehlung. Eine Frage ist, wohin kommt das Bargeld? Also, das Bargeld, das haben immer Sie, also das betrifft HelloCash jetzt nicht. Also, der Kunde zahlt bei einem Bar und das wird auch immer so bleiben. Eine Frage ist, ist die DSFINVK nur für Österreich? Nein, DSFINVK, das ist nur für Deutschland. In Österreich heißt es zum Beispiel Registrierkassensicherungsverordnung. Also, DSFINVK gibt es in Österreich nicht. Das ist für Deutschland. In Österreich gibt es einen Verdau dazu. Okay, dann sage ich herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund. Und ich bin mir sicher, wir hören einander, oder wir lesen voneinander in den nächsten Tagen und Wochen wieder. Bitte versuchen Sie, immer unsere Newsletter zu lesen. Ich weiß, man lässt es nicht immer sehr gerne, aber wir versuchen Sie damit hilfreich und Informationen zu unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute, sage nochmal herzlichen Dank und wünsche viele Grüße. Alles Gute, wieder ran. Vielen Dank. Vielen Dank.